So, jetzt kommen wir zum ersten Punkt des Servers, das ein bisschen, ich sag jetzt mal, blöder wird, und zwar, ähm, wir haben jetzt einen Server, der eingerichtet ist, auf dem wir spielen können, und auf dem rein theoretisch auch schon andere spielen können. Das Problem ist, ähm, es geht meistens nicht, weil der Server läuft, wenn man es so eingerechnet hat, wie wir es gemacht haben, ähm, jetzt habe ich alles geschlossen, danke dafür, wenn man es so gemacht hat, wie ich es bisher gemacht habe, dann haben wir das Problem, ein bisschen größer machen hier, unser Server läuft zwar bereits, und zwar auf dem Port, aber, von außen kann man auf unseren Rechner gar nicht zugreifen, weil in der Regel hat man ja einen Router, und dieser Router hat eine Firewall drinne, und auch noch andere Möglichkeiten zum Schutz, und einer dieser ganzen Schutzmechanismen ist, dass man von außen nicht einfach so auf das lokale Netzwerk zugreifen kann. Ähm, wenn man das trotzdem möchte, dann muss man diesen Port erstmal so genannt freigeben, oder weiterleiten, je nachdem, wie es die Hersteller nennen, also, in der Regel ist es eine Weiterleitung eines Portes, und zwar sorgt man dafür, dass dieser Port, der quasi auf dem Rechner freigegeben ist, auch am Router durchgeleitet wird. Wie man das macht, und das ist nämlich jetzt das Blöde, hängt von Router zu Router ab. Äh, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wir können uns einfach mal ein paar angucken, weil, ich gehe einfach mal davon aus, die meisten von euch haben eine Fritzbox. Deswegen gucken wir uns das Ganze jetzt einfach mal bei einer Fritzbox an. Fritzbox-Port-Weiterleitung. Bild für Bild. Ne, einfach schön grafisch, damit jeder auch wirklich, äh, nachvollziehen kann. Schaut mal, kommt jetzt eine gute Anleitung, wo ich einfach nur zeigen kann. Ne, hier ist es leider ohne Bilder. Oder? Doch. Doch, es wird Bilder. Sehr schön, okay, gut. Dann können wir es wieder machen. Also, wenn man seine Fritzbox öffnet, da hat man in der Regel erstmal das Fenster hier. Dann muss man dann aufs Internet gehen, wenn man hier draufgeklickt hat, öffnet sich das Ding hier. Da geht man dann auf Freigaben und auf Portfreigabe. Also, wenn man hier draufklickt, kommt das Ding hier. Und hier muss man dann bei Portfreigabe rauf. Dann bekommt man hier unten, in der Liste der Portfreigaben, kommt dann, ähm, das Ding hier. So. Und hier ist dann irgendwo unten, sieht man jetzt hier natürlich nicht wunderbar, noch ein Button mit Neuen hinzufügen. Und wenn man das drauf angeklickt hat, dann kommt so ein Fenster. Und hier wird es nämlich jetzt wichtig. Hier können wir einfach mal ganz kurz meinen, weil ich persönlich habe leider keine Fritzbox, sondern eine Easybox. Hier ist es ein bisschen anders, aber auch nicht weiter schlimm. Hier haben wir das Ganze über Internet. Expertenmodus, bitte. Und bei mir heißt das Ganze nämlich Portmapping. Deswegen, das heißt, das ist halt das Problem dabei, es heißt immer anders. Von Gerät zu Gerät, es gibt es da leider keine Standards. Und das finde ich ein bisschen blöd, gerade für Leute, die neu einsteigen wollen, ähm, ist das natürlich immer ultra verwirrend. Wie gesagt, bei der Fritzbox habt ihr hier unten, glaube ich, so ein Button mit hinzufügen. Bei einer Easybox habt ihr hier unten dieses Plus. Wenn ihr hier rauf drückt, habt ihr quasi das Fenster, was gleich ist wie das Ding hier. Da gibt ihr also hier ein, Portfreigabe aktiv für andere Anwendungen auswählen. Genauso wie hier, ähm, gibt es hier gar nicht. Okay, danke dafür. Dann Bezeichnung. Hier könnt ihr quasi eingeben, was ihr wollt. Das ist quasi einfach nur, wie es bei euch intern genannt wird. Ähm, kann man hier auch nicht. Dann das Protokoll. Jetzt wird es wichtig. Hier müsst ihr, also ich denke, dass ihr es müsst, aber glaube, also entweder kann man, also sollte man es machen, oder man muss es machen. Ihr macht es auf jeden Fall so. Hier, da wo TCP steht, auf UDP stellen. Wichtig. Ganz wichtig. Auch hier, bei TCP einmal raufklicken und dann UDP auswählen. So. Weil, äh, also Hintergrundwissen, das sind zwei Internetstandards. Ähm, das ist quasi wie Datenpakete über das Internet gesendet werden. Und mein Test nutzt halt dieses Format. Wer die beiden Formate, wer wissen möchte, was dahinter steckt, kann diese Zeichen einfach mal bei Google eingeben. Da findet man zigtausend Artikel dafür, das ist ein bisschen Internetwissen. Also, ist egal. Wichtig ist für euch, ihr müsst auf UDP stellen. Ihr müsst. So. Das nächste ist jetzt der Port-Bereich. Und hier fängt es nämlich jetzt an, ein bisschen tricky zu werden. Und zwar wird jetzt das hier entscheiden. Das heißt also, ähm, bei mir muss ich jetzt ein bisschen rumspielen, weil, äh, der Port 30.000 ist bei mir bereits belegt. Da läuft ja mein MyTest-Server drauf. Äh, Quatsch, mein, mein Kapitän-Server läuft da drauf. Das heißt, wir werden jetzt hier einfach mal eine ganz andere IP eingeben. Zum Beispiel 99. Bamm. Easy. So. Das heißt also, ihr habt jetzt hier Port 30.000. So, dann sagt ihr bei eurem Router, ähm, achso, siehst du, was ich noch vergessen habe, zu sagen. Also, bei Easybox kommt man drauf, indem man hier oben eingibt Easy.box, habt ihr ja vorhin, glaube ich, schon gesehen. Und bei der Fritzbox geht das genauso, da gibt ihr einfach ein Fritz.box. Und enter, ne? Also, ne? Nur nochmal als Erinnerung. Und wenn ihr denn Fritzbox hier oben eingegeben habt, kommt ihr denn, wie gesagt, hier raus. Und dann hier die Sachen, ne? Okay. So, schön. So, wie gesagt, Port. Also, wir haben jetzt hier zum Beispiel Port 30.000. Dann müsst ihr genau diese Nummer hier eingeben. 30.000. 30.000. So. Jetzt ist aber wichtig, das ist der Port. Also, wie gesagt, bei mir muss ich natürlich schon 99 jetzt stehen. Klar. Das ist der Port, auf dem ihr eurer Computer hört. In der Regel. Und das ist jetzt wirklich, wie ihr ein bisschen tiefgreifendes Wissen. Man kann hier auch einen anderen Wert eingeben, aber ich empfehle euch immer einfach den gleichen Wert einzugeben. Das heißt also jetzt hier auch 30.000. Und in eurem Fall, in meinem Fall 99. So. Alles wunderbar. Das heißt, bei euch müsstet ihr hier eingeben. 30.000. Und hier oben 30.000. Oder aber, wenn ihr so wie hier vorhin habt, mit 30.005, dann hier 30.005 und hier 30.005. Oder aber, hier 30.005 und hier 30.005. Und dann kommt jetzt das nächste Schwierigere. Und zwar müsst ihr jetzt sagen, auf welchem Rechner läuft euer Mindset überhaupt. Das geht unter Linux ganz leicht. Und zwar gebt ihr einfach, also entweder per Menü, hier unten, rechtsklick und Verbindungsinformationen. Mein Rechner ist jetzt zum Beispiel über Wählern angeschlossen. Das heißt das hier. Und da hat man dann hier unten die IP. Ansonsten kann man das Ganze auch über die Kommandozeile herausfinden. Und zwar if-config. Ja, das ist nicht Windows, nicht IP-config, sondern if-config. So. Steht nämlich für Interface. Für die Leute, die jetzt sich fragen, worum hier if ist und nicht IP. So. Und hier sieht man dann auch wieder unsere... Also ich mach mal kurz ein bisschen größer. So. Bam. Hier hat man also Ethernet 0, ist mein Netzwerk, das ist aber für mein internes Netzwerk. Mein Internet habe ich quasi hier rüber. Das heißt also, das ist meine Internet-IP. Also nicht meine Internet-IP, sondern die IP, die mein Rechner aus Sicht meines Routers hat. So. Und diese IP, die muss ich jetzt bei mir hier oben eingeben. Oh, Chromio. Das ist doch keine Hausadresse. Ja, klar. Okay, meine IP-Adresse ist Freilichradstraße 140. Wow. Einfach, wow. Nur weil hier Adresse steht, ersthaft... Äh, ist das traurig. Nein. Also, 192, da, 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 dann 168, da, 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 dann die 2, da, und dann die 102, da, da, da. Perfekt. Das müsst ihr hier eingeben bei euch, wenn ihr eine Fritzbox habt. Und dann seid ihr eigentlich fertig. Dann könnt ihr hier unten auf übernehmen oder auf OK gehen oder was auch immer hier unten stehen würde. Und bei mir gehe ich einfach auf Speichern. Bumm. Jetzt habt ihr das Ding hier in der Liste drinne. Beziehungsweise ihr habt, wenn ihr eine Fritzbox habt, das hier oben in der Liste mit drinne irgendwo. Und das war's. Das war's. Jetzt ist euer Port auf dem Router eingerichtet. Und wenn ihr jetzt für den Server startet... Ihr, wie gesagt, mit der 30.000 oder was auch immer. Ich in meinem Fall jetzt mit der 99. Jetzt habe ich einen Online-Server. So, das heißt, ich habe meine Welt. Die Welt hat die Game-ID-Mindtest, weil es halt Mindtest ist. Ich spiele ja nicht mit Minecraft oder ähnliches. Er hört bei mir auf dem Port 30.00099. Und er wird, das steht hier, an die öffentliche Liste gemeldet. Auch hier mit Port 30.00099, was ja logisch ist. So, und jetzt ist der Server quasi für mich auf meinem Rechner geöffnet. Und man kann durch den Router von außen auf meinen Server zugreifen. Das können wir jetzt so probieren, indem wir wieder meinen Test öffnen. Als Klient. Leck mich. So. Und jetzt sagen, wir möchten bitte meinen Server finden. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wie heißt mein Server überhaupt. LP-Server. Okay. Wichtig ist, wenn ihr das direkt testet, ne? Wenn ihr jetzt eingebt, LP-Server, kann es durchaus sein, dass euer Server hier noch nicht auftaucht. Weil der Server muss ja erstmal in die Liste aufgenommen werden. Das dauert leider ab und zu mal ein bisschen. Ist aber völlig normal. Das heißt, wenn er nicht direkt auftaucht, nicht direkt verzweifeln. Oder einfach nochmal schließen. Nochmal probieren. Let's play. Nein. Immer noch nicht. Wieder schließen. Wieder öffnen. Play. Weil, wie gesagt, ihr könnt auch immer mal ein paar Minuten einfach mal warten. Also, in der Regel, wenn ihr fünf Minuten wartet, ist das, passt das in der Regel. Also, mehr als fünf Minuten dauert das in der Regel nicht. Ansonsten, wenn ihr nicht immer Mindtest öffnen wollt, weil ihr könnt natürlich auch hier immer auf aktualisieren drücken. Allerdings habe ich mit dem Button eher schlechte Erfahrung. Das funktioniert meistens nicht so wirklich. Von daher eine andere Möglichkeit zu gucken, ob euer Server verfügbar ist, ohne immer Mindtest öffnen zu müssen, ist, indem ihr, wie gesagt, hier in die öffentliche Liste geht. Servers.mindtest.net So, und da könnt ihr jetzt noch eurem Dixerum versuchen. Let's play. Server. Ich hoffe, mein Ding hieß auch so. Ja. Perfekt. Ich bin schon mal gespannt, wann das dauert. Wie gesagt, das ist jetzt immer ein Prozess, da können wir einfach nur warten. Also, ich weiß auch gar nicht, warum das so lange dauert, ob der interne Server, der diese Datenbank, also der diese Liste verwaltet, immer nur alle paar Sekunden nachguckt. Auf jeden Fall, ja. 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 Verstehe. Ja, das ist natürlich richtig. Wie gesagt, ihr müsst ja hier immer unten noch auf übernehmen oder sowas klicken. Ähm, das habe ich jetzt hier in meinem Fall vergessen. Wow. Okay. Siehste, auch einem Erfahrenen kann ab und zu mal ein Fehler unterlaufen. Das war natürlich geil. So, das heißt, da kannst du nochmal. Freiliegeradstraße 140, genau das, was ich brauche. Ähm, nein, bitte geh raus da. 192.168.2.102. UDP. Ach, ihr wisst, das kann ich richtig richtig merken. Sehr schön. Speichern. Hä? Oh, was hat denn da gemacht? Easy. So, bestätigen. Okay, jetzt. Ich dachte, er hätte ich von ihm gemacht. Müsste ich, wie gesagt, hier auch gucken, ob es das denn hier unten irgendwo mal gibt. Weil, wie gesagt, wenn ihr das Fenster einfach schließt, ich weiß nicht, ob er es denn direkt übernimmt oder ob es so ist wie bei mir, dass ihr es direkt nochmal bestätigen müsst. Müsst ihr einfach mal gucken, ob es hier unten sowas gibt wie übernehmen, speichern oder irgendwie sowas. So, können wir nochmal gucken, ob es jetzt, ich glaube, ich sollte meinen Server nochmal neu starten, damit er sich nochmal neu anmeldet an die Liste. Bam. Okay. Jetzt sollte es hoffentlich funktionieren. Also wieder warten. Darfst du mal ja schlussend in den Ofen, ey. Wie gesagt, das ist der Moment, wo man sich normalerweise ein Schluckchen Kaffeechen genehm darf oder in meinem Fall den Hals wieder ein bisschen befeuchten darf, weil mein Hals sich einfach anfühlt, ist ein Schluck Scheiße. Und ich alles runterwerfe. Ei, ei, ei. So. Nein, ich werde die Wartezeit nicht rausschneiden, damit ihr auch mal ein Gefühl habt, wie lange sowas unter Umständen dauern kann. So, das Ding kann eigentlich wieder zu, wobei, ich lasse das gleich mal auf, weil... Später ist es, wenn die Folge vorbei ist, weil ich das Ding sowieso wieder rauskomme. Das heißt, ihr werdet euch später mit meinem Server wahrscheinlich nicht verbinden können, einfach weil ich den Server nach dem heutigen Aufwand direkt wieder unternehmen werde, weil ich dann nur erst mal hier zum Erklären. Ich habe so schon genug Server. Oh, das Ding kann auf jeden Fall wieder zu. Das Ding kann auch weg. Wie gesagt, ihr könnt einfach mal bei Google euer Gerät eingeben. Ich meine, wie gesagt, ich weiß ja nicht, was gibt es noch. Es gibt noch sowas wie Speedport. Speedport. Was gibt es noch? Also Fritzbox, Speedport, Easybox. Was gibt es noch so? Es gibt so 10.000 Geräte. Auf jeden Fall immer hier gucken. Portumleitung, Portweiterleitung. Jeder nennt es anders. Selbst hier das gleiche Gerät. Zweimal das gleiche Gerät und es wird anders genannt. Also, es ist schon ein bisschen wahnwitzig. Teilweise. Guck mal, noch nicht an der Liste drin. Halliwe. Genau. Hier haben wir dann quasi das gleiche nochmal in lila. Kann man hier rein suchen? Äh, eher nicht so. Naja. So, genau. Da haben wir dann auch wieder Internet, Portfreischaltung, Portweiterleitung. Und dann hier unten auf Portumleitung. Hier dann die IP, äh, nee, den Bereich eingeben. Also 30.000 bis 30.000. Denn hier wieder eingeben, 30.000. Hier deine IP eingeben, beziehungsweise halt die IP auswählen, je nachdem. Und dann auf, ähm, Speichern. Ja. Gibt es denn noch was? So, mal gucken, ob hier wird mittlerweile. Ja, sage mal. Das dauert jetzt aber echt schon lange hier. Ich hab, ich, ich hab auch offen gesagt, nie können wissen, wie lange es wirklich dauert. Von daher hab ich ja selber grad ein bisschen, äh, ja, mal gucken, wie lange es dauert. Und jetzt kommt, ich hab irgendwas falsch gemacht, wodurch es gar nicht funktioniert. Und, äh, ich war die ganz umsonst. Das, wär das wirklich traurig. Aber, kann passieren. Wobei, eigentlich nein, eigentlich nicht. Ach, okay. Wir haben ihm doch einen anderen Namen gegeben. Wow. Okay. Also, man muss sich schon merken, was man macht. Mein, ja, wow, da ist er doch. Yay, wir sind öffentlich, wuhu. Ähm, ja. So, und wie seht ihr, jetzt ist das Ding hier blau. Weil, wir haben ja hier unsere, unsere, unsere URL eingegeben. Und wenn ich jetzt hier raufklicke, popp, landen wir direkt auf meiner schönen Seite. So. Okay. Das heißt, wir müssen hier natürlich auch nach dem Namen suchen. Mein. Warum taucht er nicht auf? Okay. Ah, jetzt haut er auf. Okay. So. Und schon können wir uns übers Internet mit unserem Server verbinden. Und wenn das funktioniert hat, also, ne, jetzt bin ich ja nicht mehr lokal raufgegangen, sondern ich bin quasi einmal übers Internet aus meinem Haus rausgegangen, zu dem nächsten, ja, Netzwerkknoten, ähm, und dann wieder quasi reingegangen. Das heißt also, das ist immer quasi der Herztest. Wenn ihr hier euren Server auswählt und ihr mit dieser Verbindung zugreifen könnt, dann ist es nahezu sicher, dass euer Server auch funktioniert. Also, wenn das funktioniert, ne, dann gibt es in der Regel keinen Grund, warum es anders nicht funktionieren sollte. So, und ihr seht hier, euer Ping ist relativ gut. Wenn es natürlich so ist wie hier, dann ist es nicht mehr ganz so gut. Und wenn es dann irgendwann so ist wie hier unten, dann habt ihr verkackt. Dann ist euer Internet definitiv zu schlecht. Bei uns hier geht es tatsächlich. So was ist natürlich hier absolut ideal. Also, ne, hier, wenn alles grün ist, ist geil. Bei mir leider nicht, weil ich lebe hier auf dem Dorf. Da ist, äh, Internet sowieso immer so ein bisschen blöd. Ja, und jetzt haben wir quasi alles, was wir haben. Wir haben einmal die URL, ne, die konnten wir hier auswählen. Konnten wir hier raufklicken, wo ist die jetzt schon wieder gelandet. Die Liste wird immer wieder neu sortiert. Äh, was haben wir, was suche ich gerade? Danke. Genau hier. Ihr könnt hier raufklicken. Dann haben wir noch, äh, dem Server einen eigenen Namen gegeben, was ich vergessen hatte. Dementsprechend heißt der natürlich hier auch so. Wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr das hier rauslasst, dann heißt der Server genau so wie die Welt heißt. Heißt also, dann würde die Welt halt Let's Play Server heißen. Weswegen ich auch gerade eben danach gesucht habe. Aber wir hatten ja hier einen Namen eingegeben. Also ist das natürlich der Name. So, dann hatten wir hier eine Server Description. Die steht jetzt hier, weil wir hier angeklickt haben. Deswegen hier ein Server zum Spiel. Ähm, der können wir uns damit mit dem Server natürlich verbinden. Bam. Und haben jetzt hier Nachricht des Tages, weil wir das hier eingegeben haben. Nachricht des Tages. Und alles ist wunderschön. Und man sieht hier vorne auch schon, ähm, 0 von 50 Spielern. Weil wir haben maximal 50 Spieler. Ja. Das funktioniert also auch. Perfekt. Dann würde ich mal sagen, das war es dann auch schon. Ähm. Genau. Das heißt, wir werden denn morgen dafür sorgen, die ersten Automatisierung Skripte zu entwickeln. Was das genau ist. Welche morgen, dementsprechend, also werdet ihr morgen sehen. Ist relativ easy. Keine Angst. So. Ja. Auf jeden Fall für heute, denn Schau mit V. Ciao.